Wir haben die Bulgaren sehr ernst genommen, auch einfach vor dem Hintergrund, dass die vor zwei Wochen beim Little League Turnier in Italien, haben sie ja die NRW-Auswahl 16-2 geschlagen. Heute ist es halt gut gelaufen für uns. Der Wolfgang hat gutes Spiel gepitcht. Unsere Offense hat gut funktioniert. Deshalb haben wir hoch gewonnen. Wir müssen halt jetzt einfach so weiterspielen. Die Schweden und die Holländer sind auf jeden Fall erheblich stärker. Aber die Bulgaren, das war ein guter Start ins Turnier. Also besser kann es ja nicht laufen als mit dem Sieg. Schauen wir mal, wie es morgen läuft.